Am 15. Mai hieß es bahnfrei für alle Skater. Es wurden nämlich die neuen Skate-Elemente am Schweriner Stadthafen offiziell eröffnet. Nun haben Skater jeden Alters die Möglichkeit, zentral in der Innenstadt zu tricksen. Das Konzept für die Anlage wurde von Florian Fenzahn entwickelt. Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschir unterstützt die Projektidee. Der Gedanke dahinter oder mein Gedanke dahinter war, möglichst weit weg von der Wohnbebauung tatsächlich ein Angebot zu machen. Weil wir haben ja einen Nutzungskonflikt, Lautstärke und Wohnbebauung am Werderhof. Und wenn wir jetzt hier möglichst weit weg von der Wohnbebauung, aber ein positives Angebot, dann kriegen wir vielleicht alle Interessen halbwegs übereinander. Und haben den öffentlichen Raum für alle Nutzergruppen geöffnet. Und das finde ich eigentlich ein super Beispiel für einen innerstädtischen Kompromiss. Nicht nur Skateboards, auch Inline-Skates oder BMX-Räder können die Elemente nutzen. Auf einer Quarterpipe, zwei Podesten, einem Kicker und einem Whale können die Räder zum Blühen gebracht werden. Neben dem Skaten gab es auf der Einweihung außerdem die Möglichkeit, eines von vier Skateboards zu gewinnen. Bei Musik wurde Essen und das Bedrucken von Jutebeuteln angeboten. Wir von TV Schwerin wünschen allen Skatern eine gute Fahrt.